Liebe Freunde, am Ende der Osternacht, am Ende des Ostergottesdienstes, ist es üblich, dass der Pfarrer einen Osterwitz erzählt. Das ist der Brauch des sogenannten Osterlachens. Ich habe heuer in der Kirche zwei Osterwitze erzählt, weil letztes Jahr ist das ganze Jahr ausgefallen, weil wir keine Präsenzgottesdienste feiern durften. Und am Ostermontag habe ich noch einen dritten Osterwitz erzählt, weil alle guten Dinge drei sind. Und diese drei Osterwitze möchte ich euch jetzt auch erzählen. Der erste Witz spielt eigentlich nur in der Fastenzeit. Und zwar betet der Pfarrer in der Kirche einen Kreuzweg. Es sind so 20 Leute da und der Pfarrer ist bei der vierten Station, als er auf einmal der Mesner hereinstürmt und sagt, Herr Pfarrer, da ist ein Notfall, da braucht jemand Krankensäubung, Sie müssen unbedingt kommen. Und er sagt, der Pfarrer, was tue ich denn? Jetzt fällt einem ein, naja, der Mesner, der war ja schon öfters mit dabei, der kann den Kreuzweg zu Ende beten. Und der Mesner ist ja gleich einverstanden und der Pfarrer kann endlich zu dieser kranken Person fahren. Jetzt kommt der Pfarrer nach zwei Stunden zurück und sieht, Mensch, da brennt immer noch Licht in der Kirche. Was ist denn da los? Der müsste doch eigentlich schon lange fertig sein, der Mesner mit dem Kreuzweg. Das dauert eine halbe Stunde, jetzt geht er in die Kirche ein und er trifft fast der Schlag, weil der Mesner, der bett immer nur den Kreuzweg. Und wo ist er für ein Zeichbett? 34. Station, Pontius Pilatus heiratet Maria Magdalena. 35. Station, Petrus erschießt den Gockel. Das war der Witz Nummer eins. Witz Nummer zwei, da geht es um einen Pfarrer und seinen Praktikanten und der Praktikant, der stottert. Und ich möchte vorab schon darauf hinweisen, dass ich diesen Witz nicht auf Kosten von stotternden Menschen mache. Ich selber kenne stotternde Menschen und ich weiß, wie sie damit kämpfen. Aber ich erzähle den Witz, weil der Stotterer in diesem Witz der wahre Gewinner, der wahre Sieger ist. Und zwar ist es so, der Pfarrer macht sich Gedanken, wie können wir die Leute mehr erzählen von Jesus, wie können wir die Botschaft vom Reich Gottes unter die Leid bringen. Er ist ganz enttäuscht, weil die Leute nichts mehr wissen über Jesus und seine Heilungen und seine Botschaft. Also beschlüsst er, wir verkaufen jetzt im Ort Bibel. Und der Praktikant, der sagt, ja, da mache ich auch mit. Der Pfarrer sagt, gut, mach es auch mit, kriegst zehn Bibeln, gehst im Ort und ich mache mir auch auf und dann schauen wir mal auf die Nacht, was wir so verkauft haben. Auf die Nacht kommen sie beide zurück und der Pfarrer ist nur enttäuscht als zuvor, weil er hat bloß eine Bibel verkauft. Jetzt sagt der Praktikant, ich weiß nicht, was du hast, ich habe zehn Bibeln verkauft, sagt der Pfarrer. Das gibt es ja nicht, wer hast du noch, du hast das gemacht. Er sagt, der Praktikant, ganz einfach, ich habe an der Haustür gesagt, zu dieser Leid, wenn ihr mir keine Bibel verkauft, dann lese ich es euch vor. Zweiter Witz. Der dritte Witz, da geht es wieder um den Pfarrer und um seinen Koprater. Koprater ist ja ein anderes Wort, das bayerische Wort für Kaplan. Die sitzen da im Mittagessen und die Rosi, die hat fest aufgekocht, die hat Schnitzel gemacht mit Pommes und es ist so, dass ein großes Schnitzel am Teller ist und ein kleiner Schnitzel auf der Platte. Jetzt nimmt sich der Koprater gleich das große Schnitzel. Dann sagt der Pfarrer, na na na, die Jugend ist ganz schön selbstbewusst. Dann sagt der Kaplan, ja Herr Pfarrer, was hätten Sie für eine Schnitzel genommen? Dann sagt der Pfarrer, ja natürlich, das kleine. Dann sagt der Kaplan, dann weiß ich nicht, was Sie für ein Problem haben, das haben Sie ja eh gekriegt. Ja, liebe Freunde, ihr könnt gerne in der Kommentarfunktion in YouTube abstimmen, welcher Witz euch am besten gefallen hat. Zum Gewinner gibt es diesmal nichts. Ich hoffe, ich habe euch ein wenig Freude machen können. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir in der Corona-Zeit das Lachen nicht verlieren. Es gibt so viele schöne Momente, für die wir dankbar sein dürfen. Und ja, vielleicht habt ihr euch während des Videos gefragt, wie diese Büste da hinten ist. Das ist eine Büste vom heiligen Don Bosco. Und über den wird der nächste Impuls gehen in wenigen Wochen. Er hat einmal gesagt, fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Er hat nie das Lachen verlernt, aber wir sollten es auch nicht verlieren. Ich wünsche euch eine gesegnete Osterzeit und führte euch Gott. Ich wünsche euch ein wenig Freude.